Untersuchungen zeigen, dass neun von zehn Menschen nicht gesund leben. Deshalb gibt es heute so viele Gesundheitsprobleme. Wenn diese Probleme auftauchen, greifen wir oft zu verschreibungspflichtigen Medikamenten und anderen Produkten, um Herzinfarkten, Fettleibigkeit und Diabetes in den Griff zu bekommen. Bekannte führende Todesursachen. Wir konzentrieren uns lieber auf die führenden Ursachen zum Leben. Was wir jetzt für unseren Körper tun können, um gesünder und jünger zu sein. Sie wussten es vielleicht nicht, aber bioaktive Substanzen werden von der Lebensmittel- und Pharmaindustrie schon seit Jahrzehnten für Gesundheitszwecke eingesetzt. Bioaktive Substanzen sind natürlich im Körper aktive Verbindungen. In ihrer natürlichen Form verwendet, produzieren bioaktive Substanzen sehr viele gesundheitliche Vorteile ohne schädliche Nebenwirkungen und helfen unsere nicht so gesunde Lebensweise auszugleichen. Diese bioaktiven Substanzen stammen ganz natürlich von potenten, validierten Heilpflanzen. Sie werden nie getrennt, verändert oder synthetisiert. Einige der stärksten bioaktiven Substanzen in der Natur sind Iriduide. Sie werden von Heilpflanzen als Abwehr gegen Infektionen, Krankheiten und andere Bedrohungen produziert. Sie sind die Medizin der Natur. Und sie bewirken ähnliche Vorteile im Menschen. Obwohl nicht so gut bekannt wie Flavonoide oder Carotinoide, untersuchen Wissenschaftler Iriduide schon seit über 50 Jahren. Forscher haben tausende von Papieren über Iriduide veröffentlicht und sie mit Dutzenden von Gesundheitsvorteilen verknüpft. Die Ergebnisse zeigen, dass sie deutlich mehr als diese anderen Verbindungen tun. Im Gegensatz zu Arzneimitteln sind Iriduide jedoch vollkommen sicher und haben keine negativen Nebenwirkungen. Max ist ein bahnbrechendes Nahrungsergänzungsmittel, das voll von Iriduiden ist, abgeleitet von einigen der stärksten Heilpflanzen auf der Erde. Max verbessert die Gesundheit dramatisch und schützt gegen viele der heutigen größten Gesundheitssorgen. Max liefert das höchste zur Verfügung stehende Maß von Iriduiden und aus den verschiedensten Quellen. Darunter Noni aus der Südsee, Blaubeere aus Nordamerika, Olive aus dem Mittelmeerraum, Cornelkirsche aus Europa und Asien. Diese Iriduid-Quellen wurden speziell für ihre einzigartigen Eigenschaften gewählt. Wenn sie kombiniert werden, liefern sie wesentlich mehr Vorteile, als sie allein bieten. Max liefert mehr gesundheitliche Vorteile als jedes andere Nahrungsergänzungsmittel in der Welt. Die bioaktiven Substanzen in Max sind natürlichen Ursprungs. Sie werden nie getrennt, verändert oder synthetisiert. Dies ermöglicht den Einsatz von Max ohne schädliche Nebenwirkungen. Wir nennen das Gesundheit ohne Schaden. Sprinter Isa Phillips spezialisiert sich auf 400 Meter Hürden. Er vertrat Jamaika bei den Olympischen Sommerspielen 2008. Heute trainiert er für die Spiele 2012 in London. Wettbewerb auf dieser Ebene erfordert, dass der menschliche Körper buchstäblich fein abbestimmt ist. 400 Meter Hürden in nur 48 Sekunden zu laufen, wie Isa es getan hat, erfordert beste Konditionierung. Das erfordert, dass jedes System im Körper in einem Zustand der Vollkommenheit funktioniert. Unsere intelligente Mischung aus bioaktiven Substanzen in Max macht sie zu einem leistungsfähigen Adaptogen. Sie fördert die Fähigkeit ihres Körpers optimal zu funktionieren und sich gegen viele Gesundheitsgefahren zu verteidigen. Schon zwei Unzen Max pro Tag schützen ihren Körper auf neun verschiedene und wichtige Weisen. Max bekämpft freie Radikale. Oxidative freie Radikale verursachen bekanntlich eine Reihe von alltäglichen Gesundheitsproblemen. Max ist ein Superantioxidant, das die freien Radikale reduziert und vor von ihnen verursachten Schäden schützt. Max liefert 25 Mal mehr Antioxidantiennutzen als sizilianische rote Orangen, die als die mächtigste fruchtsaftbasierte Antioxidantzquelle überhaupt gilt. Max fördert gesunde Angiogenese. Angiogenese oder Blutgefäßbildung ist für viele normale Körperfunktionen vorteilhaft. Untersuchungen zeigen bereits, dass die bioaktiven Substanzen in Max gesundes Wachstum von Blutgefäßen durch Verringerung intrazellulären oxidativen Stresses fördern. Dies hilft die Angiogenese zu hemmen, die unerwünschtes Zellwachstum wie in Fettzellen unterstützt. Max unterstützt Kreislaufgesundheit. Überschüssige Blutplättchenaktivierung hemmt richtige Durchblutung und kann zu Gesundheitsproblemen führen. Max hilft bei der Regulierung von Thrombozytenaktivität, was im ganzen Körper zu guter Blutfließfähigkeit und gesunder Durchblutungsförderung beiträgt. Max steigert gesunde Hirnfunktion. Mit der Zeit leidet das Gehirn wie andere Teile des Körpers unter Alterungsauswirkungen. Untersuchungen zeigen bereits, dass die bioaktiven Substanzen in Max gesunde kognitive Funktionen durch mehr antioxidative Aktivität im Gehirn und mehr Blutfluss zum Gehirn unterstützen. Max unterhält gesunden Cholesterinspiegel. Cholesterin bietet tatsächlich wichtige Funktionen im Körper. Max hat erwiesenermaßen positive Auswirkungen auf alle Arten von Cholesterin, einschließlich dem Senken schlechten Cholesterins und der Förderung guten Cholesterins. Max unterstützt eine gesunde Reaktion auf Entzündungen. Eine überaktive Reaktion auf Entzündungen kann ungesund sein. Durch Abstimmung von Enzymproduktion und entzündungsbezogener Tätigkeit helfen die bioaktiven Substanzen in Max bei der Aufrechterhaltung eines gut geregelten Reaktionssystems. Max optimiert ihr Immunsystem. Die Forschung zeigt, dass die bioaktiven Substanzen in Max deutlich die Aktivität der natürlichen Killerzellen der körpereigenen Verteidigungsfront erhöhen. Und sie erhöhen drastisch die Interleukin-2-Konzentration, die für die Entwicklung von Immunität sorgt. Max steigert Ausdauer und erhält Energie. Körperliche Anstrengung erhöht die Menge an freien Radikalen im Körper, die die Muskelfunktion beeinträchtigen. Max senkt die Menge an freien Radikalen, wodurch Muskeln effektiver arbeiten und weniger Energie verbrauchen. Max schützt vor vorzeitiger Hautalterung. Ein Übermaß an Advanced Glycation End Products oder AGEs kann zu vorzeitiger Alterung beitragen. Max trägt zur Stabilisierung des Blutzuckerspiegels bei und stimuliert die körpereigene Produktion von Antioxidantien, die die Bildung von AGEs hemmen und von ihnen verursachte Schäden verringern. Mein primäres Ziel ist es, mir selbst und anderen zu beweisen, dass wir wirklich tun und auch erreichen können, was wir wollen, wovon wir träumen. Bei der letzten Olympiade verpasste ich das Finale um rund sechshundertstel Sekunden. Aber am Ende zählt nur das Ergebnis. Bei diesen Olympischen Spielen laufe ich heute die ersten Runden und morgen komme ich wieder und laufe im Halbfinale. Aber ich werde diese Leistung nicht auf diesem Level wiederholen können, wenn sich mein Körper nicht rechtzeitig erholen kann. Ich benutze Max, um in den Genuss des Gewinns zu kommen, natürlich zu gewinnen. Mit Max habe ich definitiv einen Vorteil. Ich werde mindestens sechshundertstel Sekunden schneller sein. Und das wegen Max. Ich habe nie das Gefühl, als ob es für mich keinen Zweck gäbe. Verbindung mit anderen. Ich habe immer schon gewusst. Darauf kommt es an. Jodie Whipple ist eine eingetragene Ernährungsberaterin und zertifizierte Diabeteserzieherin an der Penn State University. Dort sorgt sie für Ernährungsberatung und Planung für Studierende und Lehrende. Aber zu Hause ist sie einfach nur Mutti. Ich würde Max meinen Kunden aus mehreren Gründen empfehlen. Die Zutaten in Max haben von sich selbst wirklich starke antioxidative Eigenschaften. Und miteinander kombiniert scheint es sogar, dass sie noch wirksamer sind. Max hat viele gesundheitliche Vorteile. Aufgrund von Forschungsstudien finden wir, dass die Kraft von Max zu heilen und Krankheiten vorzubeugen sehr groß ist. Wir stellen auch fest, dass Max ein tolles entzündungshemmendes Produkt ist. Es hilft, die Immunität zu erhöhen. Und bei Sportlern verbessert es tatsächlich die Ausdauer. Man bekommt einfach viel für sein Geld. Gesundheit und Glück sind eng miteinander verknüpft. Wenn sie gesund sind, ist alles besser. Mit Max ist es einfach, mehr auf ihren Körper zu achten. Es ist eine kleine Investition in sich selbst, die einen deutlichen Einfluss auf ihre langfristige Gesundheit und das Glück haben kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017